Hallo, hier ist Disneyoper. Ich bin im New Century Ocean Shop in der Main Street vom Disneyland Park. Und ich wollte euch mal zeigen, und zwar einen Kalender. 2017 ist natürlich schon fast vorbei, aber es gibt noch den Kalender. Schaut mal hier. Aber jetzt ist er reduziert zum halben Preis. In den meisten Shops gibt es den auch noch. Es gibt aber auch jetzt in diesem Shop schon. Deswegen zeige ich euch auch jetzt direkt gerade hier schon den Kalender von 2018. Pass auf. So. Dann könnt ihr euch den schon mal anschauen, wenn ihr wollt. Ich zeige euch mal die Rückseite. Geben die Motiven drauf hier. Und der kostet 9,99 Euro. Also, wenn ihr schöne Kalender habt wollt. Schönen Kalender von 2018. Dann hier im New Century Ocean Shop in der Main Street vom Disneyland Park. Tschüss, bis nächstes Mal aus diesem Moment. Eurer Posse-Opa. Tschau. Tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. 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 Ooof. Untertitelung des ZDF, 2020